Dieses dritte Testspiel von Borussia Dortmund in der Vorbereitung auf die Spiele. Eingestiegen, haben jetzt eine ganze Trainingswoche auch in den Beinen, waren ja beim Testspiel in Oberhausen alle nicht mit dabei. Und das ist hier jetzt irgendwas in Belgien zu feiern. Ich glaube, die hatten irgendwie einen Nationalfeiertag. Eng ist fast die Frage, ob darstellen sollen auf jeden Fall die vier, die da hinten auf einer Linie spielen. Im Abstand von der Parade von Lukas Schellenberg. Den zentralen Abwehrchef. Also irgendwie... Schnell, ist sehr schnell, aber so schnell auch wieder nicht. Bastia Lea wird gefoult im Mittelkreis. Da gab es einen kleinen Umbruch. Zehn Abgänge, zehn Neuzugänge. Die Ecke, Julian Brandt. Heute natürlich der Fans von Rot-Weiß Erfurt. Zu langsam, zu wenig überraschend. Das war früh im Spiel, sechs und elfte Minute. Amami Ben-Sibaini. Amami Ben-Sibaini. Der Flankenversuch. Wenn er denn gegen die Änderung so spielt, wie heute. Der Gegner heißt dann natürlich...